Herzlich willkommen zu unserem 11. Kapitel in unserem Kurs Esst Weizen, Trink Milch. Das ist gleichzeitig der 12. Beitrag. Und wenn Sie zu denjenigen gehören, die über das Abonnement AB Smart hier Zugriff haben, dann wissen Sie, dass Sie exklusiv die Möglichkeit haben, Zusatzinformationen, die ganz wichtig sind für Ihre Verbesserung der Lebensqualität, Zusatzinformationen herunterzuladen. Und das sind meistens Schritt für Schritt Anleitungen, die auf schnellstem Wege Sie zu einer Verbesserung Ihres Verdauungssystems bringen. Denn es reicht nicht aus, wenn man zum Beispiel Weizen oder Milch nicht verträgt, das einfach wegzulassen. Natürlich hilft das erste Mal auf kurze Zeit das Weglassen dieser Lebensmittel und dann stellen Sie später andere Unverträglichkeiten ein. Und das ist der langsame, aber wahrscheinlich leider sichere Weg zur Etablierung schwerer Erkrankungen, schwerer Erkrankungen des neuronalen Systems, schwerer Erkrankungen des zentralen Nervensystems, des Herzkreislaufs und natürlich im Verdauungsbereich. Und sich vor diesen schweren Erkrankungen, und ich will da bloß ein Schlagwort nennen, Alzheimer oder Demenz, sich vor diesen erscheinenden Erkrankungen zu schützen, dass es nicht passiert, einem selber nicht passiert, dass es sich dorthin entwickelt, reicht es eben nicht, Weizen und Milch einfach wegzulassen, sondern muss auf die Ursache gehen. Und die Ursache liegt in einer fehlenden Verdauung, im fehlenden Verdauungsfeuer, in der Störung des Verdauungssystems. Und dass wir dort auf diesem Wege gut und schnell vorankommen, das wissen alle die, die bisher die Kapitel verfolgt haben und die die Empfehlungen aufgenommen haben. Und sie können sich jetzt schon einer verbesserten Lebensqualität erfreuen. Und es ist manchmal so erstaunlich, mit welchen einfachen Methoden, auch es müssen die richtigen sein, wir dort auf dem Gebiet vorankommen und uns eben auch vor diesen Erkrankungen, vor den chronischen Erkrankungen, schweren Erkrankungen zu schützen. Ja, es ist also nicht als Provokation gemeint, wenn es heißt, esst Weizen, trinkt Milch, sondern es ist so gemeint, dass sie die Ursachen erkennen sollten und abstellen können mit den Hinweisen in diesen Kapiteln. Einige haben wir schon erkennen können und viele von ihnen haben es umgesetzt und erfreuen sich des Erfolgs. Und heute geht es weiter mit dem Thema Zuckerwampe. Dass wir das nicht Weizenwampe nennen wie andere, das erkläre ich Ihnen im Laufe des Kapitels, das werden Sie auch leicht verstehen. Und übrigens ist es so, Sie können natürlich quer einsteigen in dieses Kapitel 11 hinein beginnen, aber es wird Ihnen vielleicht dieses und jedes schwerfallen zu verstehen. Deshalb empfehle ich, rezipieren Sie einfach diesen Kurs von vorn bis zum Ende, immer nachfolgend, denn dann haben Sie nicht nur in dem ersten Teil, der ersten sechs Kapitel kennengelernt, was die Grundlagen sind und wie das alles zusammenhängt, sondern jetzt im zweiten Teil, also anschließend zum 11. Kapitel und dann auch die nachfolgenden dann noch, die dienen Ihnen, dagegen vorzugehen, schwere Erkrankungen zu bekommen. Ihre Lebensqualität soll verbessert werden und deshalb heute im Kapitel 11 die Zuckerwampe. Lassen Sie uns einsteigen in dieses Kapitel 11. Zunächst ist das unsere Agenda dieses Kapitels. Wir sprechen also erst über eine Erscheinung unserer Zeit. Da geht es um die Zuckerwampe, Weizenwampe. Dann, was hat Weizen mit dem Blutzucker zu tun? Dann Candida, sicherlich haben Sie noch nicht darüber nachgedacht, weil das Candida auch ein Zuckerproblem sein kann. Da möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, möchte Ihnen da die Forschungsergebnisse nennen und was wir daraus für Schlussfolgerungen ziehen können. Zuckerwampe ist ein Frühwarnsignal. Dann besprechen wir Selbsthilfemaßnahmen, um selbst zurechtzukommen. Dann lernen wir Etiketten zu lesen, Etiketten natürlich auf den Aufdrucken der Verpackung unserer Lebensmittel. Und dann die Frage, dauernd Essen oder feste Mahlzeiten? Was haben wir für Vorteile, wenn wir feste Mahlzeiten dem dauerhaften Essen vorziehen? Wie werden Sie zum Fettverbrenner? Das lernen wir vorletzten Überschrift hier kennen. Und dann fort mit den Gewohnheiten des häufigen Essens. Wie gehen wir vor? Und schließlich dann am Ende die Zusammenfassung. Beginnen wir mit einer Erscheinung unserer Zeit. Meiner Meinung nach sollte man ja die Weizenwampe, die immer Weizenwampe genannt wird, sollte man viel zutreffender als Zuckerwampe bezeichnen. Denn die Wissenschaft hat den Zucker als Ursache, der nächsten weltweit bevorstehenden großen Epidemie ausgelöst, nämlich der Diabetes. Eine Verbindung von Diabetes und Obesität, also dem witzigen Fachbegriff für Fettleibigkeit. Also Verbindung von Diabetes und Fettleibigkeit, das scheint die nächste Epidemie zu werden. Und da geht es also um die Zucker und nicht vordergründig um den Weizen. Wir lernen das kennen, warum wir es richtigerweise als Zuckerwampe bezeichnen. Dr. David Perlmutter, der Verfasser des Buchs Grain Brain, die deutsche Ausgabe lautet, das kennen Sie bestimmt, dumm wie Brot. Er bezeichnet die Alzheimer-Krankheit nämlich als Diabetes Typ 3. Und hier findet man die Verbindung wieder zwischen hohem glykämischen Index, hohem glykämischen Index von Getreide und einem schlechten Gesundheitszustand des Gehirns. Wie ich schon in Kapitel 1 erwähnt habe, ist der kognitive Verfall, also der Verblödung, eher auf Zucker und nicht unbedingt auf Weizen oder Getreide zurückzuführen. Auf der ganzen Welt waren glutenhaltige Getreide wie Weizen und Gerste viele Jahrhunderte oder Jahrmillionen sogar lang Grundnahrungsmittel. Wenn Sie die Geschichtsbilder studieren, finden Sie selten Bilder von übergewichtigen Menschen. Sogar in den 1950er und 1960er Jahren gab es diese Probleme nicht. In der Zeit bin ich aufgewachsen. Es gab also kaum übergewichtige Kinder. Es gab kaum Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, mit Diabetes und Gluten oder Milchunverträglichkeit. Alles Phänomene, die durch Zuckerkonsum bedingt sind. Im Vergleich zu heute gab es es also wirklich in dieser Zeit selten. In den 1960er Jahren begann man dann damit, zunehmend Lebensmittel in Massenproduktion herzustellen. Und das brachte nun die Probleme wie Prädiabetes, Fettleibigkeit, Diabetes, Asthma, Depressionen, chronische Müdigkeitssyndrome und Alzheimer. Und der Trend ist eindeutig klar. Dort geht es hin. Auch leider zur Weitverbreitung oder weiteren Verbreitung nicht-zöliakischer Glutensensitivität. Also Empfindlichkeit, die nicht-zöliakisch ist. Im Allgemeinen läuft bei verarbeiteten Lebensmitteln im Vergleich zu vollwertigen Lebensmitteln die Umwandlung in Zucker oder Glucose viel, viel schneller ab. Und der Zucker bzw. die Glucose, sie gehen viel schneller ins Blut. Viel Zucker im Blut bewirkt, dass zu viel Insulin freigesetzt wird, das seinerseits den überschüssigen Zucker umwandelt und in Form von unerwünschtem Fett und schädlichen Cholesterinpartikeln im Körper speichert. Noch gefährlicher sind allerdings möglicherweise die Auswirkungen auf degenerative Prozesse, also Beschleunigung der degenerativen Prozesse. Noch viel gefährlicher ist das, was wir Glucierung nennen. Dabei heftet sich der überschüssige Zucker an Proteine im Blut, zum Beispiel an Kollagen und Elastin. Die so entstehenden schädlichen Protein-Zuckergebilde, also Gebilde, wo sich eben Zucker an die Proteine geheftet hat. Sie wurden übrigens auch immer die rauchenden Colts genannt, also der eindeutige Nachweis für praktisch alle Arten von chronischen Erkrankungen. Also alles, was chronische Erkrankungen sind, ist irgendwie mal zurückzuführen auf diese Glucierung, also das Bilden von Protein-Zuckergebilden. Anschließend dazu auch die Sache des vorzeitigen Alterns, der Herausbildung vorzeitiger chronischer Erkrankungen, Faltenbildung und die Endprodukte dieses Prozesses, die AGs, werden an Krebs, Arthritis und Entzündungen befallenen Stellen nachgewiesen. Also das finden wir dann dort. Ebenso im Gehirn, wo sie mit Alzheimer-Krankheit im Zusammenhang gebracht werden. Das ist also die Frage der Glucierung, der wir da besondere Aufmerksamkeit schenken sollten. Und die dann passiert, wenn verarbeitete Lebensmittel eben schneller ins Blut, den Zucker bringen, was dann eben zu dieser Glucierung führt. Was hat Weizen mit ihrem Blutzucker zu tun? Das wollen wir jetzt in diesem nächsten Punkt besprechen. Die gängige Theorie lautet heute, dass Getreide ganz allgemein, also das Getreide überhaupt ganz allgemein bei Blutzuckerproblemen eine Rolle spielen und man deshalb Weizen oder Getreide allgemein meiden sollte. Aber die Forschung, die deutet darauf hin, dass Vollkorngetreide tatsächlich sehr gut für die Stabilisierung des Blutzuckers sind. Also ist die Auffassung, dass Getreide allgemein zu meiden sind wegen Blutzuckerproblemen, das widerlegt, wenn wir wissen anhand der Forschung, dass Vollkorngetreide tatsächlich gerade für eine sehr gute Blutzuckerstabilität stehen. In einer Studie von 2004 hat man 2800 Personen untersucht im Hinblick auf das metabolische Syndrom und man hat festgestellt, dass bei denjenigen, die am meisten Ballaststoffe aus Vollkorngetreide einschließlich Weizen aufnahmen, dass dort die Rate des metabolischen Syndroms um 38% niedriger war. Dagegen bei der Gruppe, die am meisten verarbeitete und raffinierte Lebensmittel zu sich nahm, hat man festgestellt, dass dort die Wahrscheinlichkeit zum metabolischen Syndrom um 141% höher war. Also eine klare Geschichte. Vollkorngetreide stabilisiert also den Blutzucker. Immer wieder wird es bestätigt, dass es wichtig ist, vollwertige, ballaststoffreiche Lebensmittel einschließlich Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst. Das sind also die Lebensmittel, aus denen die Mittelmeerdiät besteht, dass man die zu sich nehmen sollte. Und dass das sozusagen der Schlüssel dazu ist, zahlreichen chronischen Erkrankungen und Gesundheitsproblemen unserer Zeit zu begegnen. Und da gehören also dazu, wie gesagt, die ballastreichen Lebensmittel einschließlich Vollkorngetreide. Und wichtig sind auch noch die Mineralien. Die Mineralstoffe Calcium und Magnesium möchte ich hervorheben. Das sind nämlich die natürlichen Gegenmittel gegen die Zuckerwampe und die prädiabetische Epidemie. Und so hat man es auch nachgewiesen in ganz, ganz großen Studien. Also ich halte die für ganz, ganz groß mit über 40.000 Teilnehmern, dass eben dort das Risiko, wenn genügend Mineralstoffe aufgenommen werden, wie Calcium und Magnesium, dass dann das Risiko zum Beispiel zum Diabetes Typ 2 zu erkranken, dass es ganz, ganz gering wird. So, und das trifft eine gute Mineralstoffversorgung, also eine gute zum Beispiel Magnesiumversorgung, trifft zu, wenn man Vollkorngetreide isst. Und da ergeben sich die positiven Bewegungen oder positiven Entwicklungen und Ergebnisse, die ich eben nannte. Also die Auswahl des Getreides ist wohl von entscheidender Bedeutung, um ihren Blutzucker stabil, ihr Gewicht niedrig und ihr Herz gesund zu halten. Das, darauf sollten wir uns also konzentrieren. Und welche sollten wir nun aussuchen? Wir sollten Einkornweizen zum Beispiel aussuchen oder eben uns auf Einkornweizenmehl beschränken, denn dort sind zum Beispiel viel, viel mehr Ballaststoffe drin, als in den modernen Weizensorten. Und darauf kommt es ja schließlich an. Und das ist die Möglichkeit eben auch die gefürchtete Insulineinlagerung und die Bildung von Fett, von Bauchfett deutlich niedriger zu halten. Zudem schalten alte Weizensorten wie Einkorn und Emmer die Gene ab, die den Zucker- und Fettstoffwechsel hemmen, was möglicherweise das Typ-2-Diabetes-Risiko senkt. Also noch ein Punkt dazu, der da sehr, sehr, sehr gut ist. Wir sollten nicht vergessen, wie wir nach dem Plan der Natur unseren Weizen essen sollten. Es war ein im Herbst für den Verbraucher im Winter geerntetes Getreide. Das haben wir vorgestellt. Neue Forschungen deuten darauf hin, dass die Mikroorganismen im Boden, die sich von einer Jahreszeit zum nächsten verändern, ebenfalls eine große Rolle bei der Verdauung der Lebensmittel spielen, die zur jeweils natürlichen Jahreszeit geerntet werden. Also, was wir schon einmal besprochen haben, es ist auch wichtig, dass wir die Zeiten einhalten und dass wir saisongerecht eben auch beim Getreide vorgehen. Sie haben sicher schon einiges darüber erfahren, dass Candida eine Gefahr für uns Menschen ist und dass aus Candida schwere Erkrankungen, chronische Erkrankungen, lebensgefährliche Erkrankungen entstehen können und Candida mit diesen im Zusammenhang steht. Nun lernen wir kennen, dass Candida ein Zuckerproblem ist. Candida albicans ist ein natürlich vorkommender Pilz, der im Darmtrakt lebt. Wenn er sich aufgrund einer zuckerlastigen Ernährung im Darm zu stark vermehren kann, kann die Armschleimhaut reizen und dort Entzündungen und eine Vielzahl von Verdauungsproblemen mit ganz ähnlichen Symptomen wie Gluten und Milchintoleranz auslösen. Dazu habe ich sehr viele Untersuchungsergebnisse. Patienten mit Candida-Symptomen berichten meist von Blähungen, Blähbauch, Bauchschmerzen, Müdigkeit, aufgedunsenem Bauch, Hirnleistungsstörungen, Angstzuständen, Depressionen, Hautausschlägen und heftigen Nahrungsmittelallergien. Sehen Sie mal hier zum Beispiel der Zusammenhang eben zu den neurologischen Erkrankungen wie eben Depressionen. In vergangenen Kapiteln habe ich von den vielen Möglichkeiten gesprochen, wie das Verdauungssystem aus dem Gleichgericht geraten kann. Studien bestätigen, dass es eben auch zutrifft beim Reizdarm. Die Sanierung der Darmschleimhaut und der ableitenden Lymphgefäße um den Darm herum bei gleichzeitiger Aktivierung der Verdauung ist die wirksamste Methode, die Ursache eines Candida-Problems zu behandeln. Sie sehen, wir bringen auch hier wieder die Lymph-Problematik ein und dass das eben das Wirksamste ist, so vorzugehen, wie Sie es schon beginnend in anderen Kapiteln auch erlernt haben. Eine Ernährung mit viel Süßigkeiten, Zucker und Desserts und einfachen Kohlenhydraten, wie wir es im Fastfood und bei stark verarbeiteten Lebensmitteln finden, die füttert buchstäblich übermäßiges Candida-Wachstum und stört dadurch die natürlichen Darmbakterien. Bei uns gibt es also viele, viele Dinge, wie zum Beispiel süße Kaffees, Vanillalatte oder andere Dinge, die ganz, ganz stark aus Zucker bestehen und Sie würden staunen, ich will doch hier nicht darauf eingehen, wie viel Zucker da wirklich in diesen Getränken oft drin ist. Trockenfüchte zum Beispiel, würden Sie auch erst mal nicht glauben, sind ein sehr beliebter Snack und gelten als gesund. Allerdings sollten Sie folgendes bedenken, eine frische Mango enthält etwa vier Teelöffel Zucker. Aber wenn Sie dasselbe Gewicht an getrockneter Mango essen, kommen Sie auf 19 Teelöffel Zucker. Wenn Sie bei sich die von mir dargestellten Candida-Symptome feststellen, wie ich sie hier beschrieben habe und die sich deutlich verschlimmern, wenn diese Symptome sich deutlich verschlimmern und zwar immer dann, wenn Sie Zucker essen, dann liegt bei Ihnen sehr wahrscheinlich eine übermäßige Candida-Besiedlung vor. Um die Candida-Besiedlung im Griff zu halten oder im Begriff zu bekommen, sind eine gründliche Stabilisierung des Verdauungssystems und eine Neubesiedlung mit nützlichen Bakterien nötig. Ich beginne mal am liebsten damit, dort Hefe zu geben oder Hefe zu empfehlen, die heißt Saccharomyces Burlardii. Das ist eine Hefe, die Candida zurückdrängt und sie nachweislich eben den Wachstum von Candida hindert. Diese Hefe verringert außerdem die Population anderer unerwünschter Darmbakterien und nicht nur von Candida und weswegen sie meistens im Probiotikum zu finden ist und wenn es gilt, Populationen ungesunder, kleiner oder größerer Bakterien oder Pilze wie Candida abzulösen. Also gegen Bakterien und auch gegen den schädlichen Pilz Candida. Auch die Einnahme von Kokosöl mit seinen gesunden antimikrobiellen Eigenschaften kann sehr wirksam bei der Vorbeugung und Behandlung einer übermäßigen Candida-Besiedlung sein. Die Zuckerwampe ist ein Frühsignal. Eine Gewichtszunahme um die Körpermitte ist meistens das Ergebnis des Insulineffektes. Das wissen wir bereits. Überschüssiger Zucker im Blut wird ihm um den Bauch herum als Fett angelagert. Dies ist das allererste Anzeichen einer Blutzuckerstörung. Und sollte so früh möglich sollten sie dann ihre Ernährung korrigieren. Ja, der Blutzucker steigt, wenn wir zu große Mengen von verarbeiteten Weizen oder irgendeiner anderen verarbeiteten Nahrungsmittel essen. Es geht um den verarbeiteten Weizen. Der kann uns schaden. Ebenso wie andere stark verarbeitete Nahrungsmittel. Es gibt eine Zucker-Epidemie, deren Ursache nicht Weizen, sondern vielmehr eine ganze Reihe, jeweils ganz unterschiedlicher problematischer Lebens- und Ernährungsgewohnheiten ist. Abgesehen von dem Verzicht auf Zucker in unserer Nahrung, der für jeden von uns notwendig ist, also der Verzicht ist notwendig, gibt es gegen die Zuckerwampe keine einheitliche Strategie, sondern wir müssen individuell vorgehen. Neue Forschungen deuten darauf hin, dass bei nüchternen Blutzuckerwerten, die früher als normal galten, inzwischen angenommen wird, dass sie ein wesentliches und höheres Risiko für blutzuckerbedingte Störungen wie Gewichtszunahme, meist im Bauchbereich, Hirnleistungsstörungen, Müdigkeit und Gelenkschmerzen, kognitive und chronische Gesundheitsstörungen darstellen. Leider führen die von den meisten Ärzten geduldeten Blutzuckernorm Normalwerte, ich habe das Normal jetzt mal in Anführungszeichen setzen wollen und ich hoffe, Sie hören das heraus, also leider führen die meisten Ärzte die geduldeten sogenannten Normalwerte dazu, dass der Blutzucker schon zu stark angestiegen ist, bevor eine Nahrungsumstellung empfohlen wird. Heute gelten Werte von 70 bis 99 Milligramm pro Deziliter beim nüchternen Blutzucker am Morgen als normal. Häufig empfehlen die Ärzte eine Umstellung erst, wenn der Zucker deutlich über 100 liegt und das ist einfach zu spät. In einer Studie bei Menschen mit Blutzuckerwerten knapp über 85 Milligramm pro Deziliter, also absolut im heutigen Normbereich liegend, stellt man ein 40% erhöhtes Risiko fest, einen Herzinfarktor Schlaganfall zu sterben. Also das ist schon ein Anzeichen, ich rede über 85 Milligramm. In einer 2013 veröffentlichten Studie bestanden die Teilnehmer mit Blutzuckerwerten, hatte man also bei Teilnehmern mit Blutzuckerwerten über 95 Milligramm pro Deziliter auch, das noch immer im Normalbereich liegt, hatten die schon ein erhöhtes Alzheimer-Risiko. Was gibt es für Selbsthilfemaßnahmen gegen Ihre Zuckerwampe? Natürlich ist das Wichtigste, die Individualität zu beachten und diese Individualität, die ist der Schlüssel dazu, erfolgreich zu sein. Im Rahmen von bahnbrechenden Forschungen im israelischen Weizmann-Institut of Science werden derzeit über 1000 Patienten, deren individuelle Reaktionen auf Nahrungsmittel, also werden sie untersucht, die einen hohen glyklimischen Index, also eine hohe glyklimische Last haben. Aufgrund der jeweils einzigartigen Zusammensetzung Ihres Mikrobioms stellen die Forscher fest, dass der Blutzucker bei jedem von ihnen anders auf zuckerhaltige Lebensmittel reagiert. Also gar nicht so, wie wir uns das vorstellen, einheitlich, sondern ganz, ganz individuell. Bei manchen Patienten schließt der Blutzucker nach Sushi und Trauben, es schießt er in die Höhe, nicht aber bei Schokolade oder Eiscreme. Manche reagieren auf Weizen und Pasta, andere dagegen nicht. Es stellt sich heraus, dass alles von ihrer Darmflora abhängt. Manche Mikroorganismen können Weizen verdauen, andere Zucker. Die Fähigkeiten der Mikroorganismen in ihrem Darm haben möglicherweise sehr viel mit ihren Nahrungsmitteln Intoleranzen zu tun. Es hängt also von den individuellen Darmflora Bedingungen ab. Nach diesen Forschungen ist die gute Nachricht, dass das Mikrobiom sich auch verändern kann. Wie ich schon geschildert habe, hängt das alles von dem Milieu im Darm und der Gesundheit in der Darmschleimhaut ab. Wir hatten ein großes Kapitel darüber. Diese Forscher hoffen, nach Abschluss ihrer Forschung Diäten empfehlen zu können, die auf den jeweiligen Verdauungsfähigkeiten ihrer persönlichen Mikroorganismen basieren können, also zugeschnitten aufs Individuum. Ja, und deshalb ist es auch wichtig, individuelle Messungen darüber aufzuklären, wie man sich eben verhält. Wenn Sie ein Leckermaul sind, Heißhungerattacken auf Zucker haben, zu viel Fett um Hüften oder Bauch angesetzt haben oder wenn Sie feststellen, dass Sie Nahrungsmittel nicht mehr vertragen, die Sie früher verdauen konnten, sollten Sie vielleicht Ihren Blutzuckerspiegel mit einem preisgünstigen, freiverkäuflichen Blutzuckermessgerät zu Hause selbst überwachen. Heute bekommt man diese Geräte schon für 30 bis 60 Euro. Wobei die Teststreifen schon meistens eingerechnet sind. Es gibt sogar Geräte, die Sie direkt mit Ihrem iPhone oder Ihrem Smartphone verbinden können. Wenn Ihren nüchternen Blutzucker am Morgen, das heißt noch keine Nahrungsaufnahme ist vonstatten gegangen, über die zurückliegenden 8 bis 10 Stunden, wenn der konstant über 100 Milligramm pro Deziliter liegt, suchen Sie sich einen ganzheitlich Vertrauens auf oder einen Ernährungsspezialisten, der mit Ihnen der Sache nachgeht und Ihnen hilft, der BITES 2 zu vermeiden. Mit einem Blutzuckermessgerät können Sie genauer mitteln, welches Nahrungsmittel Ihren Blutzucker tatsächlich stark ansteigen lässt. Also Sie können selbst die Individualität erkennen. Ein solcher Anstieg kann ernährungsbedingt sein, ebenso gut aber durch Stress oder Ihre Lebensweise verursacht sein. Wenn Sie zum Beispiel abends zu einem üppigen Essen mit einem Glas Wein noch ein Dessert zu sich nehmen, wachen Sie am nächsten Morgen vielleicht mit einem sehr viel höheren Blutzucker auf als normal. Wenn Sie nach einem frühen leichten Abendessen früh zu Bett gehen, stellen Sie morgens möglicherweise fest, dass Ihr Blutzucker wieder normal ist. Also individuell kann man das schon von der Lebensweise her einstellen. Wenn Sie abends lange aufbleiben, weil Sie am Computer die Welt retten müssen, kann der morgendliche Blutzuckerspiegel ansteigen. Auch wenn Sie gestresst ins Bett gehen, kann der Blutzucker am Morgen erhöht sein. Ja, das hätten Sie vielleicht gar nicht gedacht, dass es von diesen Dingen abhängig ist, also von unserer Lebensweise und nicht nur von dem, was wir essen. Wenn Sie Ihren nüchternen Blutzucker am Morgen selbst überwachen können, Sie allmählich die Ursachen somit herausbekommen können, Ihre Blutzucker Probleme, dann wissen Sie auch, wie Sie das verändern können, also was Sie an Ihrer Ernährung oder auch an der Lebensweise, Ihrem Tagesablauf, Ihrem Stressmanagement oder durch sportliche Betätigung tun können, womit Sie sozusagen ein potenzielles großes Problem im Keim ersticken. Mit großen Problem meine ich schwere chronische Erkrankungen. Warten Sie nicht, bis zu Ihrem alljährlichen Check beim Arzt, um sich freundlich Ermahnungen wegen eines üppigen Lebensstils abzuholen. Vielleicht stellen Sie auch fest, dass Sie eine Zuckerwampe haben, obwohl Ihre Blutzuckerwerte nur leicht erhöht oder gerade am oberen Ende des Normalbereichs sind. Wenn Ihr nüchternen Blutzucker um 100 Milligramm pro Dezil liegt, müssen Sie vielleicht tiefer graben, um den wirklichen Grund herauszufinden, woran das liegt. Bis Ihre nüchternen Blutzuckerwerte wieder in den 80ern liegen, kann es dauern. Ihr Blutzucker und Ihre Verdauungsenergie haben Jahre gebraucht, um zu entgleisen. Also brauchen Sie auch schon entsprechend ausreichend Zeit, um wieder ins rechte Gleis zu kommen. Und damit Sie wieder dauerhaft die Vorteile genießen können. Also mit der Zeit tiefer graben und Zeit vergehen lassen und Zeit nutzen. Fangen Sie an, die Etiketten genau zu lesen. Lesen Sie genau, was auf der Packung Ihres Lieblings Müsli-Riegels steht. Sie werden feststellen, dass er voller Zucker steckt. Denken Sie daran, nur weil der Zucker aus Datteln, Melasse, Honig, getrockneter Mango, Rosinen oder Fruchtkonzentrate stammt, ist er noch lange nicht gesund. Konzentrierte Fruchtzucker können den Blutzuckerspiegel in die Höhe jagen und hohe Insulinwerte und eine Zuckerwampe verursachen. Aus dem Zuckergehalt in der Liste der Inhaltsstoffe auf einem Etikett können Sie entnehmen, wie viel natürlicher Zucker in diesem Lebensmittel enthalten ist und wie viel während der Verarbeitung zugesetzt wurde. Sie müssen die Liste der Inhaltsstoffe lesen, damit Sie wissen, ob irgendwelche Zucker oder Süßungsmittel zugesetzt wurden. Oder Sie können einfach ein paar Produkte vergleichen. So enthält zum Beispiel ein Naturjoghurt ohne alle Zusätze vielleicht nur 6 Gramm Zucker, 180 Gramm Becher Heidelbergjoghurt, aber möglicherweise 25 bis 30 Gramm 30 Gramm ein großer Unterschied. Werden Sie Etikettleser. Suchen Sie nach Möglichkeiten, alle Zucker, Süßungsmittel und stark zuckerhaltigen Lebensmittel zu vermeiden. Suchen Sie mit Hilfe der Etiketten nach Lebensmitteln ohne Zusatz von Zucker oder Süßstoffen und mit einer Zuckermenge unter 6 Gramm pro Portion. Machen Sie sich zur Gewohnheit, den Zuckergehalt in dem Brot, Knäckebrot und in Milchprodukten zu prüfen, die Sie kaufen. Nehmen Sie zum Beispiel das Knäckebrot, was ich im Kapitel 7 erwähnt habe. Auf dem Etikett steht 0 Zucker und es schmeckt großartig. Das Knäckebrot enthält Gluten, aber in unverarbeiteter Form ohne die insulinsteigernde Wirkung die Zuckerwampe verursacht. Vergleichen Sie das Knäckebrot mit einem anderen Knäckebrot und zwar vielleicht nur 4 Gramm Zucker, aber fallen Sie darauf nicht herein. In diesem anderen stecken jede Menge Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, zusätzlicher Zucker und erhitzte Öle und all das macht Sie sehr, sehr viel schwerer verdaulich und es droht die Zuckerwampe. Im Folgenden und das gilt jetzt für diejenigen, die Abonnenten des Infodienstes AgilSmart sind, schreibe ich genauestens Schritt für Schritt auf, wie Sie vorgehen können bei erhöhtem Blutzucker. Diese insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 Punkte habe ich Ihnen aufgeschrieben und Sie können sie unter dem Video herunterladen und es steht Ihnen also so eine Möglichkeit zur Verfügung Bestens vorzugehen. Dauernd Essen oder feste Mahlzeiten Das vielleicht größte Problem im Zusammenhang mit der Zuckerwampe um die geht es ja in unserem Kapitel und Blutzucker Problemen ist die Unfähigkeit Fett als natürlichen Brennstoff oder natürliche Brennstoff Quelle zu verwerten. Als stark verarbeitete Lebensmittel aus Massenproduktion zur Grundlage unserer Ernährung wurden, haben wir unsere Fähigkeit unsere Energie aus Fett zu beziehen gegen einen Brennstoff eingetauscht, der eine schnellere aber keine nachhaltige Wirkung hat, den Zucker. Infolgedessen haben wir lernt, unser Energieniveau aufrechtzuerhalten und müssen immer mehr und immer öfter auf Zucker zurückgreifen und um das Problem zu lösen wurde es sozusagen normal dauernd zu essen. Doch wenn der Körper alle zwei bis drei Stunden mit Nahrung versorgt wird, verbrennt er die Energie aus diesen Mahlzeiten und nicht aus seinen Fettspeichern. Anstatt also gespeichertes Fett zu verbrennen, um von einer Mahlzeit bis zur nächsten durchzuhalten, wird der Körper stattdessen auf Nahrungszufuhr alle zwei bis drei Stunden konditioniert. Es ist eine weit verbreitete Annahme, dass der Körper kein Fett aus diesen Mahlzeiten speichert, wenn sie leicht, häufig und gesund sind und dass er zumindest theoretisch den ganzen Tag ausreichend mit Energie versorgt und nie Gewicht ansetzt. Das Problem ist allerdings, wenn der Körper alle zwei bis drei Stunden mit Nahrung versorgt wird, gespeicherten Langzeitbrennstoff als Energiequelle zu verwerten. Das ist das Problem. Warum soll der Körper sich die Mühe machen, seine Fettreserven anzugreifen, wenn er den ganzen Tag lang alle zwei bis drei Stunden mit Energie versorgt wird? Wenn sie aber nur zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen und dazwischen genug Zeit lassen, ist der Körper gezwungen, zwischen den Mahlzeiten gespeichertes Fett zu verbrennen. Denken Sie daran, dass die Fettverbrennung auch über die Gewichtsregulierung hinaus eine Fülle von heilsamen Wirkungen hat. Fett ist die wertvollste Brennstoffquelle für den Körper. Im Gegensatz dazu verbrennt also der Zucker schnell. Die Brennstoffe Zucker und Kohlydrate sorgen für rasche Energiespitzen, die oft abrupt wieder vorbei sind. Im Vergleich zur Verbrennung von Zucker sorgt die Fettverbrennung für eine gesündere Energieversorgung, eine stabilisierendere Stimmungslage, größere und geistige Klarheit, besseren Schlaf, weniger Hungerattacken und selbstverständlich für eine natürliche und dauerhafte Gewichtsregulierung. Wie werden Sie zum Fettverbrenner? Frühstück, Mittagessen und Abendessen ohne Snacks dazwischen ermöglichen in den Zeiten dazwischen natürliche Fastenperioden, die den Fettstoffwechsel anregen. Das ist also schon das Geheimnis. In meiner Jugend aßen alle Kinder in unserer Straße früh zu Abend, nämlich um halb sechs. Nach dem Abendessen spielten wir noch draußen und kamen dann ins Haus, wuschen uns und gingen ins Bett. Kleine Mahlzeiten vor dem Schlafengehen gab es nicht. Die Küche schloss um Punkt sechs. Gegen 7 Uhr am nächsten Tag standen wir auf und frühstückten und liefen dann in die Schule. Die 13 Stunden waren also völlig ohne Nahrung. Wir schliefen die ganze Nacht durch und fasteten dabei und brachen dieses Fasten mit dem Frühstück. Das heißt, unser Stoffwechsel, unser Fettstoffwechsel wurde jede Nacht immer wieder aktiv. So blieb unser Blutzucker normal, unsere Stimmung stabil und unsere Gesundheit ganz allgemein besser, als es die heutigen Gewohnheiten in unserer Gesellschaft schaffen. Fort mit den Gewohnheiten des häufigen Essens. Der Wissenschaftler Summit, der Leiter einer Biochemie ist in einem Institut im Schottischen, hat uns überliefert, wenn Sie nur drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, selbst solche mit hoher glykämischer Last, hat Ihr Insulinspiegel Zeit, sich wieder einzupendeln. Im Gegensatz dazu bleibt Ihr Insulinspiegel gefährlich hoch, wenn Sie zwischen den Mahlzeiten Snacks mit hohem glykämischen Index essen. Für die meisten Menschen des Westens, die sich an das ständige Essen gewöhnt haben, bedeuten drei Mahlzeiten am Tag eine Umstellung. Ein Rhythmus von mehr als drei Mahlzeiten pro Tag steht nachweislich im Zusammenhang mit Gewichtszunahmen und einem erhöhten Risiko chronischer Erkrankungen. Diese Umstellung vom ganztägigen ständigen Essen auf drei Mahlzeiten können sogar mit vier Mahlzeiten beginnen. Damit fällt Ihnen die Umstellung etwas leichter. In Indien gibt es ein altes Sprichwort eine Mahlzeit am Tag für einen Jogi, zwei Mahlzeiten am Tag für Ogi, das ist ein Arbeiter. Drei Mahlzeiten am Tag sind für einen Rogi, das ist also ein Kranker im Hospital. Für Menschen, die wie wir im Westen den ganzen Tag immer wieder etwas essen, haben die Inder keinen Namen. Wenn man nach diesem Sprichwort geht, sind wir also schon mit drei Mahlzeiten krank. Ich möchte Ihnen jetzt noch einige Tipps geben, wie Sie sich die Umstellung auf drei Mahlzeiten leichter machen können. Das können Sie herunterladen. Diese Tipps sind doch sehr erfolgreich und alle die im Infodienst dabei sind als Abonnenten können Sie das unter dem Video herunterladen. Kommen wir zur Zusammenfassung Kapitels 11 der Zuckerwampe. Also nicht Weizenwampe, sondern Zuckerwampe soll das heißen. Wir müssen gegen die Fettleibigkeit vorgehen, indem wir auf einigen Gebieten unsere Gewohnheiten ändern. ist nicht nur das Essen, sondern auch unsere Lebensgewohnheiten. Wenn wir erkennen, was Weizen mit unserem Blutzucker zu tun hat, und wenn wir erkennen, dass Vollkorngetreide, also meinetwegen auch Vollkornweizen, für Vorteile hat, Ballaststoffe und damit auch einen positiven Einfluss auf Zuckerprobleme, also den Blutzucker stabilisiert, wenn wir das erkennen, dann sind wir nicht prinzipiell gegen irgendwelche Getreide, so wie man es immer wieder hört, sondern wir wissen, dass in dem Getreide auch, wenn es gutes Getreide ist, das wir gut ausgesucht haben, auch die wichtigen Mineralien wie Magnesium und Calcium sind, und dass wir sogar die richtig ausgesuchte ballastreiche Ernährung, also auch mit Vollkorngetreide, dass wir dazu einen Schlüssel finden zur Behebung zahlreicher chronischer Gesundheitsprobleme. Und wenn wir das richtige Getreide aussuchen, liegen wir dort völlig richtig. Dann haben wir erkannt, dass Candida ein Zuckerproblem ist, dass wir gegen Candida vorgehen können. Candida sich entwickelt im Darm über den Zucker, über übermäßige Zahl von Zucker und wir haben auch gelernt, was wir tun können, außer Zucker zu reduzieren, wie wir Candida begegnen können. Da spielt die Hefe eine Rolle, die ich erwähnt habe. Auch Kokosöl kann uns erfolgreich machen. Die Zuckerwampel sehen wir als Frühsignal für ein großes Problem, schwer zu erkranken. Wir wissen, dass wir nicht verarbeitetes Weizen essen sollten, sondern überhaupt darauf achten, dass wir wenig verarbeitete Lebensmittel haben und lieber Vollkorn Getreide zum Beispiel zu uns nehmen. Die Selbsthilfemaßnahmen gegen die eigene Zuckerwampel versteht man dann und kann sie auch richtig einsetzen, wenn man lernt, wie ich das hier vorgetragen habe, dass es um Individualität geht. Das heißt, bei einem ist es so, bei einem ist es so und da könnte zum Beispiel ein Messgerät helfen, was wir einsetzen, zum Beispiel um den nüchternen Blutzucker zu messen oder eben auch nach den Mahlzeiten. Dann ist es wichtig, dass wir Zucker meiden und dass wir pro Portion, die wir essen, nicht mehr als 6 Gramm Zucker haben sollten und dazu ist es notwendig, Etiketten, also Etikettenaufdrucke auf den Lebensmitteln, auf den Verpackungen der Lebensmittel zu lesen, lesen zu lernen und dann sind wir dort schon auch auf dem besseren Weg zum Erfolg. Wir fangen also an, das zu lesen und ich habe eine Liste von Maßnahmen Schritt für Schritt im Download angegeben, wie wir vorgehen können, um eben erfolgreich zu sein, alleine durch Wissen und Schritt für Schritt vorgehen gegen die Weizenwampe, Zuckerwampe. Dann haben wir über das Problem gesprochen, wie sich das verhält bei dauernd Essen und festen Mahlzeiten und haben herausgefunden, dass natürlich die festen Mahlzeiten und möglichst nur wenige gut sind für uns und dass wir dann über diesen Weg auch durch eben wenig Mahlzeiten und Pausen über Nacht, dass wir also rechtzeitig am Abend oder späten Nachmittag das letzte Essen bis zum nächsten Frühstück, dass wir dann zum Fettverbrenner werden und dass das ganz wichtig ist, vom häufigen Essen loszukommen und ich dort auch eine downloadbare Tipps Ihnen im Video gegeben habe. Soweit also zusammenfassend das Kapitel 11 und freuen sich auf Kapitel 12 das lautet Leben ohne Gift. Vielen Dank. Vielen Dank.